Okay, die eine hat so ein bisschen Wumms drauf und die andere hat ein normales Gedönsfeuer. Muss ich die so auswählen? Ja. So und jetzt, wo komme ich jetzt hier lang? Ich habe keine Ahnung wo ich lang soll. Abartig. Ja und jedes Mal wenn hier so ein scheiß Blitz kommt. Bleibt tot. Immer dieses, dieses komische Mistviech da, hallo. Okay, da haben wir schon ausgesaugt. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht wo ich lang muss. Oder ist dieser Blitz, den wir bekommen, dann immer so in Richtungsweise, dass der uns dann quasi resettet in die richtige Richtung? Ist das möglich? Weil jetzt sind wir wieder hier und hier. Waren wir. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber nur ganz bisschen. Wollte nur mal gucken wie lang ich schießen kann. Bin ich wieder an einem anderen Ort? Hä? Ne, ich bin wieder hier. Warum bin ich wieder hier? Soll ich denn jetzt zurück? Ich weiß es nicht. Stirb! Und du erst recht da. Konnte ich deswegen die Dorfleute auch nicht vernichten, weil sie untot waren? Ich kann es leider nicht genau sagen. Boah, ja, ja. Ich will jetzt aber da lang. Ich muss doch bestimmt da lang. Oder nicht. Oder doch. Oder vielleicht. Oder eventuell. Oder möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht wo ich lang muss. Aber das sieht an sich nicht so verkehrt aus. Ah, da kommen wir doch her. Da ist die Glocke die ich da rüber gestürmt habe. Na mal schauen. Einfach mal gucken. Ob wir da jetzt zurück kommen. Ob wir sollen. Ob wir gedönseln. Oder ob wir da tatsächlich nochmal hin sollen. Wobei da hinten war ja nichts weiter glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Das sieht aber an sich ganz richtig aus. Das sieht aber an sich ganz richtig aus. Ja. Weiß Bescheid. Dann gehen wir nochmal in die Kirche. Er speichert auch. Ich weiß nicht ob das jetzt damit abhängt. Dass wir jetzt hier einen neuen Bereich betreten haben. Oder dass wir tatsächlich richtig sind. Ich bin gerade verwirrt. Ja. 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 Ich habe sie. Was jetzt? Ja. Ja. Okay. Und noch mehr Informationen. Enfantieren? Einen k turfeligen. Ver poison. Mhm. Nee? Der einzige Weg ist durch die Katakombe. Es ist genau hier. Ja dann, ne? Einfach mal runter. Einfach mal lang da. Na, ich weiß ja nicht. Das wird super. Das wird grandios. Das wird formidabel. Das wird ein bisschen furchtbar. Okay. Hey, das sagst du, weil du nicht unterdrückt werden willst. Ich sehe das ein bisschen anders. Hier ist etwas wichtiges, das die Schmerz versucht zu schützen. Ich fühle mich, dass es sich schmerzt. Aber wenn ich auf der Kurs stehe, wenn ich die Sprüche in meinem Kopf stehe, und ich nicht zurück schaue, vielleicht nach vorne sehe ich ein Licht. Und vielleicht in dieser Licht sehe ich dich, Jenny. Ja, ich drücke dir mal die Daumen. Ja, ich drücke dir mal die Daumen. Ich höre hier irgendwas oder irgendwen. Hier ist so ein Licht. Das muss weg. Speichert. Ich versuche hier das Licht auch mal zu entfernen. Weil mit den Dunkelheitswaffen habe ich natürlich in der Dunkelheit wesentlich mehr Sinn. Da macht es wirklich Sinn, dass wir das Licht immer ausmachen und sowas. So, der ist weg. Hier einmal hoch. Schnell das Licht ausschalten. Natürlich halt auch eine Waffe. Die braucht keine richtige Munition wie so manche andere Dinger. Ja, würdet ihr bitte einfach mal sein lassen, was ihr da macht. Vielen Dank. Hier kann ich mir nochmal jemanden holen. Beziehungsweise sollte ich dafür eigentlich erstmal das Licht ausmachen. Nehmen meinen Schützen. So. Dann immer stückchenweise voran. Immer durch die Dunkelheit. Und... Ist das Wasser jetzt das ich höre? Oder ist das auch wieder das Licht geputzelt? Bin mir nicht sicher. Hops. Mein Herz. Gib mir mein Herz zurück. So komm. Ich glaube es hat tot. Bin mir aber nicht ganz sicher. So. So haben wir jetzt da durch. Ja. Pumpe. Schön, dass das hier auf Deutsch ist. Weil... War wahrscheinlich irgendwie Deutsch, äh... Untergrund oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Müsste ja dann... Erster, Zweiter Weltkrieg sein oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau. Heißt das... Also die Finsternis ist auch deutscher Herkunft. Tango entdeckt? Hä? Tango? Ich bin ein bisschen verwirrt. What the fuck ist Tango? Ventil drehen. Mach das hier das Wasser weg? Glaube ja. Muss wir ihn verstirbeln. Ja, ne. Ist klar. Muss ich auch immer. Und wie komme ich jetzt da runter? weiter? Ich frag halt nur. Hm. Oh, das hat noch nichts zu Ende gedreht, ne? Wie lange muss da denn noch gedreht werden? Oder es dreht sich bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich hab keine Ahnung. What? Wo? Ach da. Gib dir dein Herz. Irgendwo hier ist doch noch einer. Hab ihn gehört. Hier können wir nochmal... ...so was holen. Ich glaub, der stirbt gleich hier bei... ...bei Erschaffung wegen Licht. Hallo. So. Ja, so sieht's gut aus. Hast du fein gemacht, hast du. So, hier war doch noch... Genau. Nehmen wir einfach mal mit. So. What, wo? Da immer diese ganzen Lichter hier. Muss denn hier immer alles so gut beleuchtet sein? Denkt doch mal einer an die Stromrechnung. Ist doch wahr. Oder nicht. Oder doch. Oder vielleicht. Oder eventuell. Die Pumpe hat keine Energie. Und wo kriegen wir dann die Energie dafür her? Mission aktualisiert. Finde Strom. Äh, ja. So ziemlich. Eigentlich. Hier haben wir ein Herz. Was wollen wir haben? Das Licht, das hier kommt, kommt hier von den Funken? Oder was? Wirklich? 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 Wirklich?